Hallo Freunde, leider habe ich vergessen ein Intro aufzunehmen, in diesem Video fahre ich mit ein RAP von einem Kollegen. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Peace. Okay, jetzt erklär mal. Sitze euch mal rein, bis es in den Händen geht. Ist das Bremse? Ja, ich glaube die brauche ich nicht. Das brauchst du am meisten doch. Das ist Vordergrund, das heben kaum, ist egal. Okay. Und hier schalten, oder? Das blinkt dann auch hier, wenn man es vergisst. Genau, schalten ist ganz wichtig. Kupplung ziehen nach oben, ist der erste Gang. Dann kommt der Neutrale, ist F. Und da unten geht es ein, drei, zwei, drei, vier. Und was ist das hier? Das ist Licht an und aus. Das ist Fernlichtkappe. Das nicht funktioniert? Das ist lustig. Und das ist Handbremse? Das ist Handbremse, ja. Kannst du auch machen mal. Muss ich damit drücken? Ja, drücken und dann nach hinten und dann nach vorne. Dann habe ich sie ziehen und dann mache ich es nach vorne. Dann löst du es einfach. Ich bin links halt da. Hinten ziehen und dann, ja, ja. Ja. Ähm, das ist das alte Gerät. Das bedeutet, du hast hier in Hand statt. Hä? Dann zieh ich da dran. Noch in der Kabine, ja. Wo? What the fuck? Okay, das fällt jetzt nicht weg? Nein, das wird nicht weg. Zieh mal auch. Kräftig ziehen, ja. Zieh, jetzt einfach mal ziehen. Richtig ziehen. Ab da musst du dann ziehen. Ach so. Ja, jetzt zieh. Richtig, ja. Mehr. Höher. Ja. Es kann sein, dass man mal ausgeht. Deswegen muss ich halt noch rausgehen. Es läuft immer wieder. Ich habe so Angst. Komme ich da voraus? Ja. Also so. Und das ist ganz normal mit Kuppelung loslassen. Aaaaaaah! Ich hoffe auch, ihr könnt raussehen, weil ich muss mein Kopf ein bisschen eingeknickt fahren. Warte, ich gucke mal die Kamera ein bisschen. Oh. Kurz gegen den Verkehr gefahren. Geister Fahrer! Da sind ja Spiegel dran. Da sieht man ja gar nichts. Jetzt machen wir gleich Kickdown im Tunnel. Aua mein Kopf! Boah! Digger, die Lenkung ist ja gottes krank! Ey, das macht schon echt Spaß, muss ich sagen. Ich habe mir das echt ein bisschen schlimmer vorgestellt. Kann ich das jetzt verbinden mit Bluetooth? What? BZ Wutzi! Wutzi, Wutzi. Oh, ich habe ein bisschen gute Lied, warte. Mach mal lauter. Guck mal, das ist so ein perfektes Lied. Guck mal, ich muss jetzt mal einmal hier die Arpe rumzeigen. Alter, ist das cool. Ich fühle mich wie so ein Ur-Italiener gerade. Okay, jetzt muss ich aber die Musik am besten ausmachen, sonst kriege ich Copyright Strike. Ich mache hier Soundcheck mit euch jetzt. Hau raus, das Ding! Oh, ich habe jetzt eine Vergiftung, aber egal. Ja, ist gut. Freunde, wir fahren los in 3, 2, 1. Oh, ich habe so Angst, Mann, aber es ist so cool. Und geht down. Oh, in die Kurve lehnen. Oh, Junge, das lenkt ja gottes stark. Ey, wenn hier ein Auto kommt, ich bin halt so tot. Oh! Digga! Ja, aber das Ding fährt fast 40, das ist eigentlich cool. Junge, ist das geil, Mann. Wow. Oh, mein Gott. Ich habe euch ja jetzt schon eigentlich das meiste gezeigt. Wir haben jetzt schon ein bisschen Soundcheck gemacht. Wir haben schon schöne Fahrten hier drin. Wir haben schon ein super Bild. Ich versuche das gleich nochmal irgendwo hinzustellen. Dann mache ich von außen auch nochmal ein kleines Bild. Aber ey, erstmal Kuss geht raus an den, der mir das gegeben hat. Und dann machen wir am besten auch gleich nochmal ein bisschen Musik an. Und weiben ein bisschen hier in dem Teil. Oh, das war nicht der Neutrale. Hier ist der Neutrale. Ich hoffe, hinter uns kommt keiner. Ah, ich rolle rückwärts. Ah! Okay, jetzt machen wir Musik an. Und weiter geht's. Okay, ich habe Angst, dass es Copyright. Ich habe fast den Graben gefahren. Ich habe Angst, dass das Copyright-Music ist. Wegen dem mache ich das jetzt lieber aus, bevor das Video hier absolut rot wird. Ja, ich würde sagen, wir drehen dann jetzt hier auch gleich mal wieder um. Oder wir halten jetzt an irgendeinem Spot nochmal kurz an, wo es ganz nice aussieht. Alter, wenn da Hubbeln kommt, dann haue ich meinen Kopf immer an. Oh mein Gott, die Kacke ist doch auch gleich ab. Boah, hier ist sogar ein Licht drin. Was ist das? Oh! Oh! Ich fahre schon wieder wie ein Deppertar. Ah! Disco-Licht. Nice. Ach, ich blinke jetzt mal. Zack. Und jetzt versuche ich mal hier langsam zu drehen. Fuck, ich komme nicht an die Bremse. Und warte, jetzt mache ich den Blinker aus. So, jetzt gehe ich in den ersten Gang und mache dann die Karre aus. So, jetzt steigen wir nochmal kurz aus. Ah, so. Ich hoffe, das Ding holt mir jetzt nicht gleich weg. Ey, aber Jungs, was sagt ihr? Das ist schon eine 10 von 10. Wunderschön, das Ding. Und es läuft vor allem echt gut dafür, dass es, keine Ahnung, baue ich ja irgendwas. Das ist bestimmt schon ein uraltes Ding. Aber hey, super nice Ding. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst auf jeden Fall ein Like und ein Abo da, um nichts mehr zu verpassen. Bei 50 Likes fahre ich mit der Eb in den Straßenverkehr. Um so crazy shit nicht mehr zu verpassen. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Video. Falls ihr vielleicht auch irgendein geiles Bike habt, was ich mal Probe fahren kann, dann schreibt es doch auch in die Kommentare oder schreibt mir per Insta. Wäre cool, wenn ihr mir da vertrauen würdet. Das wird bestimmt lustig sein. Und ja, jetzt geben wir niemals mir hier noch die schöne Aussicht mit der schönen Ape und der Sonne. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Video. Haut rein und ciao. Ich fahre fast 50. 45. Wenn ich jetzt in die Kurve gehen muss, dann werde ich einfach so glaube ich umfallen. Weil die Lenkung ist echt aggressiv. Sag noch was. Ich stand gerade quer. Ich stand gerade quer.